Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 121. Mal bei Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hoax-Master Alexander. Und dann machen wir mal weiter. Die Story der Woche. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal wieder an einen Ort, der eigentlich Vergnügen verheißen soll, nämlich in eine Diskothek. Und dort kommt es immer wieder zu schrecklichen Angriffen. Das bekommt man inzwischen wieder häufiger mit, dadurch, dass entsprechende Warnungen herausgegeben werden von Landeskriminalämtern und anderen Instanzen, die sagen, dass man in Diskotheken durchaus vorsichtig sein muss. Und zwar hat das den Grund, dass es immer wieder Verrückte gibt, die in Diskotheken Menschen mit AIDS-verseuchten Spritzen angreifen. Das heißt also, sie stechen den Partybesucher unbemerkt in den Arm und manchmal sind sie sogar noch so zynisch und heften einen Zettel dann an die Kleidung. Und auf diesem Zettel steht dann Willkommen im Club, womit dann in diesem Fall natürlich die Infektion durch AIDS gemeint ist. Und das Ganze ist natürlich im höchsten Maße sadistisch und gefährlich. Und deswegen sollte man auch aufmerksam sein und dann wird man immer wieder diesen entsprechenden Warnungen von Behörden begegnen. Hört habe ich die Geschichte auch schon. Ob da was dran ist, werden wir dann am Ende der Sendung erfahren. Thema der Woche Das Thema der Woche heute ist die Thule-Gesellschaft. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, oha, es geht also ab in den Nazi-Sumpf. So ungefähr. Das ist nämlich genauso auch dahinter gewesen, uns mal mit einer Geheimgesellschaft, einer angeblichen Geheimgesellschaft des Dritten Reiches zu beschäftigen. Und entgegen der sonstigen Auseinandersetzung mit diesen Themen wollen wir heute mal mit ein paar Fakten beginnen und dann mit den verschwurbelten Verschwörungstheorien zum Thema anfangen, weil es dann die Trennung leichter macht. Wie immer, wenn wir über das Dritte Reich reden und angegliederte Themen, sollte eine gewisse Leichtigkeit, mit der wir die Themen angehen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eine sehr, sehr ernste Angelegenheit ist. Und deswegen in keiner Weise, dass wir das Dritte Reich verharmlosen wollen. Also sollten wir da in unserer gewohntlockeren Art drüber reden. Denke ich, könnt ihr das aber inzwischen einschätzen, wie wir zum Dritten Reich und dem Rechtsradikalismus im Generellen stehen. Vielleicht sollten wir beginnen, bevor wir uns in die Hintergründe der Thule-Gesellschaft stürzen und uns einmal den Namen anschauen. Das kommt ja auch nicht ganz von ungefähr. Der Name Thule ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon in anderem Zusammenhang begegnet. Sollte man aber vielleicht nochmal kurz auffrischen. Thule ist eine Insel, die so ein wenig wie ein nordischer Gegenentwurf zu Atlantis anmutet. Das Ganze hat zwar im Prinzip mit einer tatsächlichen geografischen Beobachtung angefangen und die Insel ist auch vom antiken griechischen Entdecker Phytheas erwähnt worden. Und man kann auch, oder man hat eine ziemlich klare Vermutung, welche Insel dahinter stecken könnte. Das kann man anhand geografischer Daten überprüfen. Allerdings geht dann doch die Betrachtung der Insel Thule ein bisschen mehr ins Mythische über. Dort soll eine besonders große blonde Rasse gelebt haben. Also da sind wir dann schon so ein bisschen eben bei der arischen Rasse angelangt. Und das Ganze hat dann natürlich für die Nationalsozialisten beziehungsweise für die Mitglieder der Thule-Gesellschaft eine ganz andere Bedeutung bekommen. Man sagt heute übrigens, dass die Insel, die dahinter stecken könnte, wahrscheinlich, ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, aber die norwegische Insel Smörland, Smörla sein könnte. Das kann man also, wenn man sich das mal näher anschaut, die Geografie und die Quellen studiert, schon mit relativ großer Sicherheit sagen. Wobei natürlich nicht abschließend beweisen. Also das zum Namen Thule erstmal geografisch und was man sich daraus ausgedacht hat. Gegründet wurde die Thule-Gesellschaft am 17. und 18. August 1918. Also deutlich vor dem Dritten Reich. Das kann man schon mal voranschicken. Und wir haben ja schon des Öfteren über Geheimgesellschaften, Esoterik, Mesmerismus und diesen Thematiken gesprochen. Wir haben seinerzeit eine Folge zur Helena von Blavatsky gemacht, zur Theosophie. Und in dieser Tradition letztendlich einer durchaus okkultisch sehr durchdrungenen deutschen Gesellschaft gründete sich diese Thule-Gesellschaft zunächst einmal. Also der Beginn des 20. Jahrhunderts war durchaus ein Zeitalter des Okkultismus, der Esoterik und das sollte man nicht vergessen. Nee, das sollte man nicht vergessen. Es wird ja heute immer wieder mal festgestellt, ja, unsere Zeit ist also vollkommen von Esoterik durchdrungen und wir werden überall von merkwürdigen Vorstellungen unterwandert. Das mag so sein. Aber es tut doch ab und zu auch mal wieder ganz gut, sich vor Augen zu führen, dass das in den meisten Fällen überhaupt nichts Neues ist. Wenn man sich, also das haben wir glaube ich in jeder Sendung, die irgendwie in die Richtung ging, bisher gesagt, wenn man sich das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts anschaut, dann hat man es mit einer Zeit zu tun, die aber sowas von esoterisch durchdrungen war und auch regelrechte esoterische Gegenentwürfe zur aufkommenden Wissenschaftlichkeit geliefert hat. Das ist nur so kracht. Und wir befinden uns in einer Zeit, als die Thule-Gesellschaft gegründet wird, die mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ohnehin eine Gesellschaft sieht, die sehr anfällig ist für solche Anschauungen. Da ist großes Leid in allen Schichten der Gesellschaft geschehen. Da ist man traumatisiert und hat gerade mit dem Ersten Weltkrieg natürlich zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit einen hochtechnisierten und quasi fast sogar wissenschaftlich geführten Krieg gesehen. Und dass man da in dieser Zeit einen absoluten Gegenentwurf zu diesem Leid sehen will und sich in solche Welten flüchtet, ist nicht weiter verwunderlich. Was ein weiterer sehr relevanter Aspekt ist, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist die Tatsache, dass Deutschland zutiefst gekränkt natürlich war. Man ist angetreten, um als Macht sozusagen siegend aus diesem Krieg herauszugehen. Wir kennen vielleicht der ein oder andere die Videoaufnahmen der Soldaten, die in den Krieg ziehen und völlig begeistert davon sind. Und zutiefst geknickt war Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges. Und insbesondere der Versailler Vertrag wurde ja dann als maximale Kränkung empfunden. Und da begann es dann mal wieder, wie so oft in der Historie der Menschheitsgeschichte, dass Antisemitismus sich breit machte. Und das Ende des Ersten Weltkrieges und auch dieser Versailler Vertrag, wo Deutschland also kapitulieren musste, die Schuld annehmen musste, letztendlich dann als Judenverschwörung. Die Deutschstoßlegende spielt da eine ganz wichtige Rolle, denn es war nicht nur so, dass in dieser Deutschstoßlegende, und da kommen wir gleich wieder auch auf zwei Teile, die die Thule-Gesellschaft immanent betreffen, zurück. Es ist nicht nur so, dass dafür eben die Sozialisten, also die Kommunisten verantwortlich gemacht wurden, die also aus dem Heimatland heraus das deutsche Reich in den Rücken gestoßen haben und damit eben den Sieg verhindert haben, sondern es kam immer auch hinzu, dass die Juden des gleichen Vergehens beschuldigt wurden. Das ging also Hand in Hand. Und wenn wir von der Gründung der Thule-Gesellschaft sprechen, dann hat das Ganze nicht nur eine, naja, okkultistische Komponente, wo man sich also völkelnd und mystizierend irgendwie zusammensetzte, sondern natürlich auch eine ganz klare politische Dimension, man wollte ganz klar gegen die Bedrohung der Räterepublik kämpfen und gegen die Bedrohung durch den Kommunismus oder Sozialismus. Genau, Deutschstoßlegende geht ja noch ein Stückchen weiter, wo sogar gesagt wurde, dass die jüdischen Soldaten quasi zersetzend gewirkt haben und deswegen die Kriegsbemühungen der deutschen Soldaten gehemmt waren und das letztendlich dann zur Niederlage im Deutschen, im Ersten Weltkrieg geführt hat. Also alter Wein in neuen Schläuchen mal wieder. Natürlich suchte man sich da einen Schuldigen. Die Thule-Gesellschaft, wie gesagt, wurde gegründet im August 1918. Und zwar der offizielle Titel war die Thule-Gesellschaft Orden für deutsche Art. Und der Gründer war Rudolf von Sibottendorf. Der gar nicht wirklich so hieß. Naja, zumindest ist er nicht geboren worden, sondern er ist geboren worden als Adam Alfred Rudolf Glauer. Und vielleicht machen wir mal einen kurzen Schwenk und gucken uns mal diese Personen von Rudolf von Sibottendorf an. Er war immer unterwegs im Umfeld politisch, also er war sehr wohlhabend, konnte sich also sehr gut im politischen Umfeld bewegen, ohne wirklich arbeiten zu müssen. Er war von seiner Gesinnung her Antisemit, deshalb passt das natürlich sehr gut dazu, dass er so diese Thule-Gesellschaft gegründet hat. Er hat sich sehr intensiv mit verschiedenen Geheimorten beschäftigt. Er hatte sich mit den Rosenkreuzern beschäftigt und insbesondere auch mit der islamischen Mystik hat er sich beschäftigt. Also dem Sufismus. Genau, er hat sich mit Helena Blavatsky beschäftigt. Also all das, was wir eben schon gerade geschildert haben, hat ihn bewegt. Und wie gesagt, er war überzeugt davon, dass die Räte-Republik, die sich gegründet hat, für Deutschland schädlich war. Und der Geheimbund mit seinen politischen Zielen der Thule-Gesellschaft sollte als Organisation dem entgegenwirken. Der Versammlungsort der Thule-Gesellschaft war das Münchner Hotel vier Jahreszeiten und die Familie Alfred Walterspiel, die damals Inhaber des Hotels waren, waren also wichtige Gönner des Ordens und haben diesen Orden unterstützt. Und interessanterweise war das Emblem der Gesellschaft ein Hakenkreuz mit Strahlenkranz und hinter einem schwarzen Schwert. Also die Symbolik und diese Verknüpfung von Antisemitismus und dem Hakenkreuz ist im Prinzip tatsächlich in der Thule-Gesellschaft das erste Mal aufgetreten. Die Thule-Gesellschaft hat dann zum Beispiel den Münchner Beobachter verlegt, eine Zeitschrift, die natürlich... Später übergegangen ist in den Völkischen Beobachter. Genau, also das, was man dann ja kennt von der NSDAP, also das Propagandaorgan. Und die Mitglieder der Thule-Gesellschaft haben die DAP, die Deutsche Arbeiterpartei, gegründet, aus der dann hinterher die NSDAP hervorgegangen ist. Also da haben wir schon mal im Prinzip eine politische Connection zumindest hergestellt. Die Thule-Gesellschaft mit der Gründung von Sebotendorf ist aber auch nicht von ungefähr gekommen. Da gibt es zu dieser Zeit und auch kurz vorher eine solche Vielzahl an angeblichen Geheimbünden, die auch alle ja so einen mystisch-völkischen Hintergrund haben, dass man da ja fast irgendwie ein Verzeichnis erstellen müsste. Man sollte vielleicht nur eben noch nennen den Germanenorden, der sicherlich zur Entstehung der Thule-Gesellschaft mit beigetragen hat. Erwähnen, ne? Dass man jetzt mal die Dinge behandelt hat. Genau, also das war auch eine Geheimorganisation, die sich der völkerlischen Lehre beschäftigt hat, gewidmet hat. Und genau, also da gab es auch Querverbindungen zwischen diesen beiden Orten. Ja, 1925 wurde die Thule-Gesellschaft aufgelöst, denn entgegen vielfacher Behauptung war es ja so, dass die NSDAP oder die Nazis dann letztendlich, also auf den Hang zum Mystizismus der Nazis werden wir nachher nochmal eingehen, aber letztendlich war man gar nicht daran interessiert, mystische Orden oder Vereinigungen zu haben, die man nicht direkt beeinflussen kann. Und eigentlich sollte mehr so die arische Lehre schon tatsächlich das Gegebene sein. Die Forschungsgemeinschaft Deutscher Ahnenerbe sollte ganz viel von den Dingen, mit denen sich unter anderem die Thule-Gesellschaft beschäftigt hat, aufgreifen. Und die Nazis haben aktiv gegen diese Organisationen gearbeitet. Und da kommen wir jetzt also zum ersten Mal zu dem Punkt, dessen es gibt, wenn man sich im Internet bewegt, viele, viele Foren, es gibt sogar Bücher darüber, wie die Thule-Gesellschaft, ja, die Nazis im Prinzip vom Hintergrund her aus ferngesteuert hat und dafür gesorgt hat durch die Vernetzung dieser Geheimgesellschaft, dass das Ritterreich in der Form, wie es denn dann entstanden ist, erst entstehen konnte. Also es geht so weit, dass behauptet wird, dass gewisse Personen, Hitler zum Beispiel in diesen Orden, wie es dann auch genannt wird, also nicht mehr die Thule-Gesellschaft, sondern es sei ein Orden gewesen, eingeführt hätten, initiiert hätten. Und da gibt es eine solche Vielzahl von sagenhaften Begebenheiten, die immer wieder geschildert werden, dass man heutzutage wirklich relativ tief graben muss, bis man dann mal so ein bisschen auf den wahren Kern der ganzen Geschichte stößt. Tatsächlich war Adolf Hitler, wenn man sich die Unterlagen durchschaut, der Thule-Gesellschaft niemals Mitglied der Thule-Gesellschaft. Das ist relativ gut belegt. Heinrich Himmler war gelegentlicher Gast der Thule-Gesellschaft, das ist wohl belegt. Allerdings gibt es natürlich Querverbindungen, denn die DAP hat seinerzeit Hitler in München eingeladen als Redner, also gab es schon Verbindungen, aber tatsächlich ein Mitglied dieser Gesellschaft waren hochrangige Nazi-Offiziere, wenn man mal von Himmler als Gast der Thule-Gesellschaft abzieht, nicht. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und ein weiterer Aspekt, der ja immer wieder diese Verquickung von Nazis und Okkultem hervorbringt, ist ja auch, man muss es so sagen, die Indiana-Jones-Filmreihe, denn die hat ja gesellschaftlich auch sehr das Bild des leicht tumpen Nazis, der immer auf der Suche nach geheimen Artefakten in der Welt unterwegs ist, um dann letztendlich den Krieg zu gewinnen und die Welt zu erobern. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man heute so dieses Bild hat. Und natürlich Aktivitäten wie die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, die unter der direkten Leitung von Heinrich Himmler letztendlich ins Leben gerufen wurde, wo man schon eine gemeinsame arische Rasse finden wollte und eine Rassenlehre bekunden wollte, die ja sozusagen genetisch eine überlegene Rasse finden wollte. Also wenn man sich jetzt die Ideologie anschaut, dann kann man ganz klar sagen, dass viele eben Aktivitäten der Nationalsozialisten und auch ein, ja, möchte gern germanischer Hintergrund und dieses Mystifizieren und so, ganz klare Wurzeln haben in dem, was wir eben schon in anderen Folgen geschildert haben, vor allem in dieser angeblichen Geheimlehre von Helena Blavatsky und der Theosophie. Und man muss aber ganz klar sehen, dass das eine Ideologie ist, die in einen geschichtlichen Hintergrund einzuordnen ist. Das ist eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Und Hitler hat sich einfach, wenn man so möchte, aus diesem wunderbar vorhandenen und vielseitigen esoterischen Gemischtwarenladen bedient und sich das im Prinzip rausgepickt, was seinen Zwecken nutzte. Andere in seinem Umfeld mögen das natürlich ein bisschen anders gesehen haben und dann sich tatsächlich in solche Vorstellungen verstiegen haben. Aber im Grunde war das eigentlich wenig mehr als ein Mittel zum Zweck. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass man sich, wenn man sich dann mit diesen Gedanken beschäftigt, davon verabschieden muss, dass der Nationalsozialismus und dass das Dritte Reich ideologisch und politisch irgendwie vom Himmel gefallen sind. Und die kamen einfach nicht irgendwie von ungefähr. Da ist nicht irgendwie durch eine schreckliche Begebenheit das Böse auf einmal auf die Welt gekommen aus dem Nichts. Und dann ist es aber nach dem Ende des Krieges wieder verschwunden. Sondern das waren ganz klare Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Da haben Ideologien eben auch Einfluss genommen. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder so eine Dimension, die es noch ein bisschen gefährlicher macht, finde ich. Das ist einfach eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Also weder hat es vor Hitler keinen Nationalsozialismus oder keine Tendenzen in diese Richtung Antisemitismus gegeben, noch hat das Ganze mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgehört. Und da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. In jedem Fall werden wir das nochmal beleuchten. Ja, also das sind so die in einem kurzen Abriss die historischen Fakten zur Thule-Gesellschaft. Es gibt eine sehr schöne kurze wissenschaftliche Arbeit, die historisch auch einzelne Personen und Figuren beleuchtet. Das können wir euch hier an der Stelle nicht zitieren. Wir werden das aber auf alle Fälle in unserem Forum zur Episode verlinken. Denn sehr häufig werden, wenn man sich dann auf Seiten bewegt, die eben Verschwörungstheorien oder den Einfluss der Thule-Gesellschaft propagieren, Namen genannt, die in irgendeiner Verbindung zu Hitler oder zur NSDAP oder zur Nazi-Führungsspitze gestanden haben sollen. Und in dieser Arbeit wird sehr schön beleuchtet, was es denn dann mit diesen Verknüpfungen oder mit den Personen auf sich hat. Und da kann man sehr schön mal nachschlagen, um dann die vermeintlich gut klingenden Argumente relativ schnell entkräften zu können. Wir müssen an dieser Stelle betonen, dass wir natürlich gerade in dieser Folge, in der wir ja nicht nur die Thule-Gesellschaft behandeln müssen, sondern eben auch Hitler und den Okkultismus im Allgemeinen unmöglich das Thema erschöpfend behandeln können. Also was wir machen können, ist, dass wir euch hoffentlich einen Denkanstoß liefern und euch vielleicht ein paar Quellen an die Hand geben, von denen aus ihr dann weiterlesen könnt. Denn die Flut der Veröffentlichungen zu sichten, das bedarf wirklich einiger Zeit. Und da muss man sich also wirklich mächtig reinknien und reinlesen. Das ganze Thema ist aber wirklich nicht nur wichtig, sondern auch hochspannend. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist eben, dass die Thule-Gesellschaft, wenn man sie also sich nüchtern betrachtet, so wie wir es getan haben, sieben Jahre existiert hat und dann verschwand. Und zur Hochzeit ungefähr 200 Mitglieder gehabt haben soll. Und auch da hat natürlich die Sagenbildung irgendwann eingesetzt und hat da allein im Münchner Raum von über 1000 Mitgliedern gesprochen und so weiter. Aber das ist wohl sehr hoch gegriffen. Also eher auch eine ganz kleine Gruppierung. Rudolf von Silbottendorf hat während des Zweiten Weltkriegs immer wieder versucht, letztendlich die Thule-Gesellschaft tatsächlich zu etablieren in den Nazikreisen. Das ist ihm aus den vorher genannten Gründen nicht gelungen. Und natürlich sehr viel von dem Gedankengut, von dem, was so wahrscheinlich in diesen Sitzungen besprochen worden ist, ist von Hitler benutzt worden tatsächlich. Aber wer sich mit der Person Hitler so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass er niemals gesagt hat, dass er von irgendwem inspiriert worden ist. Er wollte sein Alleinstellungsmerkmal nicht gefährden. Und deswegen war es natürlich auch wichtig, auch vor diesem Hintergrund eben andere Vordenker, die vielleicht Dinge, die er nur dann einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren konnte, an den Rand zu drängen und am besten so zu verdrängen, dass sie gar nicht mehr ein Sprachrohr hatten. Wenn man sich jetzt so beschäftigt mit dem, was man also im Netz findet an Verschwörungstheorien, wenn man mal in Foren unterwegs ist, dann kann man zunächst mal kurz zusammenfassen, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den Verschwörungs- und Verschwurbelungshintergrund eingeht, der Thule-Gesellschaft, dann ist es so, dass sich viele, viele Verschwörungstheorien, über die wir schon gesprochen haben, auch in dieser angeblichen Thule-Gesellschaft wiederfinden. Nämlich die hohle Erde, eine Vorrasse, eine arische, die in dieser hohen Erde im Zweifelsfall sogar unter dem Himalaya eine geheime Stadt gegründet haben soll. Ja genau, entweder das oder eben man vermutet den Zugang zur hohlen Erde an den Erdpolen. Und das hat natürlich auch so ein bisschen seinen Hintergrund in dem Begriff Thule, weil Ultima Thule in der Antike und im Frühmittelalter schon eine Bezeichnung für das äußere Ende der Welt gewesen ist oder beziehungsweise das Ende der Welt im Norden. Es wird behauptet, dass die Dalai Lamas von dieser Stadt unter dem Himalaya wissen und als Beleg dafür wird ja zum Beispiel die Himalaya-Expedition der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe angesehen, weil die ja tatsächlich auch Expeditionen in den Himalaya gemacht haben, um sozusagen auf der Suche nach der arischen Rasse auf dem asiatischen Kontinent fündig zu werden. Das klingt jetzt erstmal alles lustig und wir haben ja über diese Theorien schon gesprochen. Viel spannender an der Stelle ist tatsächlich gar nicht die Thule-Gesellschaft, denn ganz oft, wenn von Geheimgesellschaften im Dritten Reich gesprochen wird, gibt es eine andere Gesellschaft, wo nicht sauber getrennt wird und viel von dem, was heute der Thule-Gesellschaft zugesprochen wird, ist eigentlich eine andere angebliche Gesellschaft gewesen. Ja, oder ist zumindest einer angeblich existiert habenden anderen Gesellschaft angedichtet worden. Also tatsächlich fundiert sind diese ganzen Attribute für keine der beiden Gesellschaften. Wir sprechen von der Vril-Gesellschaft und da bewegen wir uns dann wirklich so im Kreis der Fiktion. Und ganz oft werden die Thule- und die Vril-Gesellschaft heute, wie du es erwähnt hast, schon in einem Atemzug genannt, haben aber vollkommen unterschiedliche Hintergründe. Bei der Vril-Gesellschaft handelt es sich tatsächlich um eine Geheimgesellschaft, die in der Form, wie sie da propagiert wird von den ganzen Verschwörungstheoretikern, niemals existiert hat. Und zurückgehen tut diese auf einen Begriff, der aus einem Roman stammt, aus einem Englischen. Ich spreche von dem Wort Vril, was so etwas bezeichnet wie eine geheime Lebenskraft. Oder Manneskraft. Schon eher Lebenskraft, ja, oder eine Macht oder Fähigkeit. Solche Vorstellungen spielen ja auch heute noch in der Esoterik eine große Rolle. Und der Roman, von dem ich gesprochen habe, ist The Coming Race, also das kommende Geschlecht. Und der Autor ist der Engländer Edward Bulwer-Lytton. Er hat gelebt von 1803 bis 1873. Und er hat diese Kraft erfunden, um einem Volk eine Macht zu geben, was er als Gegenentwurf zur über der Erde lebenden normalen Gesellschaft geschaffen hat. Das war ein Volk, was sich irgendwann mal abgespalten hat. Das ist durch Katastrophen und so weiter bedingt unter die Erde gewandert, hat dort eine neue Zivilisation gegründet und hatte so überhaupt gar nichts mehr mit den Oberflächenmenschen zu tun. Und eines Tages kommt ein Reisender aus dieser, also quasi unserer Oberflächenwelt, eben zu diesem Volk und erzählt dann so ein bisschen, wie es so oben zugeht. Und ursprünglich einmal gemeint ist, in diesem Roman eigentlich eine Satire zu schaffen. Und das ist ganz wichtig. Und das wurde von den Zeitgenossen, die diesen Roman rezipiert haben, auch so gesehen. Nur ist dann irgendwann das Vril als Lebenskraft so mystifiziert worden, dass es eben in solche Vorstellungen von Geheimgesellschaften mündete. Er hat das ursprünglich mal so beschrieben. Er wollte ganz gerne eben so eine möglichst umfassende Macht kreieren, meinte damit, also er war ein sehr rational eingestellter Mensch, er meinte damit aber eigentlich so etwas wie ein Bioelektrizismus, dass im Prinzip der Mensch ja elektrisch geladen wäre oder dieses Wesen, was da unterirdisch lebt und dann diese Elektrizität irgendwie verbreiten kann, als Waffe benutzen kann oder damit eben auch Tote erwecken kann oder andere Dinge tun kann. Und das war im Prinzip ein Kunstgriff, um sein Volk, also von den normalen Menschen, so absolut unterscheidbar zu machen. Und das Ganze muss sich aber so in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben, dass viele eben das Ganze für bare Münze genommen haben. Es war immer wieder die Rede davon, Burwell-Lytton hätte das Ganze als Kunstgriff eben nur deswegen als Roman getarnt, um eben dieses Wissen ungestraft weitergeben zu können. Und irgendwann hat man dann eben mal ein paar Gruppen tatsächlich gehabt, die sich, ja, die etwas mit dem Namen Vriel sozusagen in ihrem Titel haben wollten. Das Ganze waren aber so Mini-Gruppierungen, die sich dann auch ganz schnell wieder zersetzt haben. Verschwörungstheoretiker würden natürlich jetzt sagen, okay, die haben sich dann irgendwie nur zum Schein aufgelöst und eigentlich haben sie weiter existiert, aber da kann man dann die Kreise der Verschwörung dann beliebig weit ziehen. Tatsächlich war es so, dass eine tatsächliche Vriel-Gesellschaft nie existiert hat und diese kleinen Gruppierungen eigentlich kaum Einfluss hatten. Ja, der Autor hat sich, du hast es gerade schon geschildert, aber auch natürlich, weil das die Zeit war, in spiritistischen Kreisen bewegt und bis gerade zum Ende seines Lebens hin immer naturwissenschaftlicher geworden, hat dann eben auch Vorträge gehalten. Vriel ist ja auch dann, wenn man dann so ein bisschen den Faden weiterspinnt, eine Bezeichnung einer der Flugscheiben, die ja die Nazis besessen haben sollten. Da kommen wir jetzt dann schon wirklich wieder zu den ganzen Sagen, die sich gebildet haben. Genau, also Nazi-Flugscheiben und all das Zeug soll sich also aus diesen Geheimverbünden wie die Vriel-Gesellschaft und der Thule-Gesellschaft, wo eben geheimes, fast magisches Wissen ja weiter verteilt worden sein soll, entwickelt haben. Und ja, tatsächlich, wenn man jetzt weiß, dass der Begriff Vriel aus einem Roman stammt und die Thule-Gesellschaft vielleicht in ihrer Hochzeit, wenn wir denn mal die Zahl tausend sogar akzeptieren, zu ihrer Hochzeit tausend Mitglieder, wahrscheinlich aber sogar nur 200 Mitglieder hatte, dann verliert so diese Geheimgesellschaft im Dritten Reich oder die Geheimgesellschaft im Dritten Reich so ein bisschen ihre Bedeutung und Relevanz und ihre geheimnisvolle Note. Und man stellt fest, da war nicht sonderlich viel dran. Wer sich übrigens nochmal mit den ganzen Verschwörungstheorien und mit den Nazi-Flugscheiben und diesem ganzen Krempel beschäftigen möchte, dem sei, dass die Schrift das Vriel-Projekt ans Herz gelegt, die 1992 erschienen ist. Das Ganze ist natürlich absolut mit Vorsicht zu genießen. Das ist im Prinzip eine, ja, okkultistisch-esoterisch durchwirkte Schrift, die eben alle diese ganzen Sagen, die sich da gebildet haben, nochmal in einem zusammenfasst. Geschrieben ist das Ganze von Norbert Jürgen-Rathofer und Ralf Ettl. Und die beiden stammen natürlich auch eben genau aus dieser Szene und insofern ist die ganze Quelle natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen. Aber man kann es sich zumindest mal angucken. So, also haben wir jetzt erstmal, ja, die historischen Fakten mal sortiert, die Begrifflichkeiten geklärt und kommen jetzt zu einem Punkt, der natürlich, wie ich finde, nicht so angenehm ist, denn die Thule-Gesellschaft oder vielleicht vielmehr Thule-Gesellschaften sprießen im Moment wieder aus dem Boden. Und das ist, wenn man mal im Netz nach Thule-Gesellschaft googelt, gibt es mehrere Internetseiten, die sich dort tummeln. Und wenn ich jetzt hier so eine Seite, das ist die Thule-Gesellschaft.org, aufrufe und mir die Seite anschaue, wo es dann auf der linken Hand, auf der Homepage Sicherheitshinweise gibt und diese Sicherheitshinweise erklären primär dem genaigten Nutzer dieser Internetseite, wie man mit dem Verfassungsschutz umgehen kann und sollte, dann wird das schon so ein bisschen, dass man ins Nachdenken kommt letztendlich und denkt, worum geht es denn da genau. Und das sind zum Teil anonyme Internetseiten, die in ihren Formulierungen so eine Blut und Boten und arische Philosophie vor sich her tragen. Und das kann man schon ein bisschen Sorge betrachten, Denn es scheint so zu sein, dass die rechte Szene über die Thule-Gesellschaft jetzt auch wieder beginnt, in den Kreis der Esoterik interessierten Menschen einzudringen und über das Vehikel der Esoterik ja letztendlich rechtes Gedankengut beginnt zu verbreiten. Das würde ich aber fast sogar sagen, steht ja an einer Tradition. Also das ist jetzt nicht ganz neu. Also die esoterische Szene ist erstmal zu vielschichtig, um das pauschal sagen zu können, hat natürlich auch Entwicklungen durchgemacht, aber hat natürlich in ihren Wurzeln, wie wir ja jetzt schon mehrfach gesehen haben bei verschiedenen Themen in dieser Sendung, ihre Wurzeln auch eben in einer rassistischen Ideologie oder vielmehr geht in ihren Wurzeln mit einer rassistischen Ideologie einher. Und sie mag zwischendurch unpolitisch gewesen sein, mag es in gewissen Nischen natürlich auch heute noch sein, aber diese Infiltration durch ein rechtes Gedankengut ist jetzt weder neu noch eigentlich besonders außergewöhnlich oder ungewöhnlich. Aber die Klarheit der Aussagen, die man auf den Seiten findet, ist schon so, dass man sich da mal Gedanken drüber machen könnte. Also wenn man dann hier so mal zitiert, einen Satz wie, und hier treten wir als geeintes Volk auf den Plan, um unsere Bestimmung zu erfüllen. Fragen wir uns also, wie viel an Zerstörung wollen wir noch zulassen, bevor das Dunkle den Planeten verlässt? Also dann kommen wir da schon hin, die sind relativ nah an den Dingen dran. Sie zitieren, dass die Welt am 21.12. nicht untergegangen ist, dass aber unser Sonnensystem auf einer elliptischen Umlaufbahn und sich um die Sonne bewegt und jetzt gerade quasi die Schwingungen sich umkehren und dieser Einfluss also auf das auserwählte Volk, sprich die Deutschen, einen Einfluss hat. Also man merkt ja schon, dass da so alles, was wir so in den letzten drei Jahren behandelt haben, fast auf dieser Seite befindet. Und da geht es also vom Hab über Klima, Verschwörungstheorien, Chemtrails, all das findet man auf diesen Internetseiten. Aber eben mit diesem ideologischen Überbau und der Bildsprache durchaus des Dritten Reiches, was einem einfach Sorgen macht. Und da sollte man, denke ich, auch relativ sorgsam ein Auge drauf haben und vorsichtig sein, dass da niemand in diese Schiene abrutscht. Also das ist einfach nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Denn all das, was hier so als Geheimgesellschaft, als spannend verkauft wird, ist letztendlich nur rechtsradikales Gedankengut, was vermüllt werden soll. Denn all das, was hier als geheimes Wissen verkauft wird, war nie geheimes Wissen. Das haben wir ja eben nochmal dargestellt. Also da gibt es keinerlei Erkenntnisse im Rahmen dieser Gesellschaften, die man nicht auf anderem Wege viel besser und ohne eine ideologische Prägung bekommen kann. Das sollte man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal beachten. Was bleibt über? Eine politische Organisation mit einem fragwürdigen, idealistischen und pseudo-okulturistischen Hintergrund, die aber natürlich in Teilen Einfluss hatte auf den Nationalsozialismus, aber deren Einfluss auch nicht zu hoch aufgehängt werden sollte. Für all diejenigen, die jetzt sagen, die haben die schwarze Sonne gar nicht berührt, wir werden definitiv nochmal weiter uns in abzuhörbarer Zeit mit weiteren Geheimgesellschaften, geheimen Organisationen des Dritten Reiches beschäftigen. Denn sicherlich ist die Aufarbeitung und Entmystifizierung der Dinge, die damals geschehen sind, auch durchaus eine wichtige Angelegenheit, gerade vor dem Hintergrund, dass es da wieder Strömungen gibt, die daran etwas Faszinierendes finden. Und daran ist nichts faszinierend. Es war einfach ein menschenverachtendes Weltbild und eine Regierung, die letztendlich nur durch einen Angriffskrieg geglänzt hat und ansonsten war dann nicht viel dahinter. Aber die Aufarbeitung dieses Themas ist spannend, interessant und wichtig. Genau, dem werden wir uns dann auch stellen. Also, auch an dieser Stelle noch viel weniger. Ich hätte echt gedacht, da wäre noch ein bisschen spannenderes, dann war relativ entschuldig zu sehen, dass die Thule-Gesellschaft tatsächlich nur sieben Jahre existiert hat. Aber so ist es nun mal und die neu gegründeten Thule-Gesellschaften, naja, die kann man, glaube ich, eher vernachlässigen bzw. vergessen. Dann lösen wir doch jetzt erstmal nochmal deine Story der Woche auf und erfahren mal, ob es irgendwelche Leute gibt, die mit Spritzen durch Diskotheken laufen oder Kinos oder andere Locations. Die Auflösung Ja, gibt es tatsächlich in Diskotheken immer wieder Angriffe durch Wahnsinnige, die mit einer AIDS verseuchten Spritze auf, die Tanzenden losgehen und diese dann eben infizieren. Das Ganze ist eine relativ alte, moderne Sage. Das lässt sich sogar bis in die 80er Jahre zurückverfolgen. Und das gibt es in verschiedenen Versionen, das Ganze. Du hast es vorhin schon angesprochen. Oft ist es auch so, dass so AIDS verseuchte Spritzen auf Kinositzen zurückgelassen werden und man setzt sich dann ahnungslos drauf und ist dann infiziert. Und das sind natürlich irgendwie ganz perfide Vorstellungen, wo natürlich auch ganz oft eine gewisse Angst vor Infektionen eine Rolle spielt. Gerade bei solchen Sachen wie Diskotheken, Massenveranstaltungen, wo also die Situation so unübersichtlich ist, macht es einem dann natürlich besonders Angst, wenn man sich vorstellt, in diese vergnügliche, schöne Angelegenheit könnte unverhofft das Böse kommen und ich könnte eben Schaden davon tragen. Das ist sicherlich ein Punkt, der da eine Rolle spielt. Und dann haben wir natürlich auch, gerade wenn es sich jetzt auf die Diskotheken bezieht, wieder so eine kleine moralische Komponente. Da würden jetzt natürlich konservative Leute wieder sagen, ja, dann geht eben nicht in Diskotheken, da herrscht nur Sodom und Gomorra und das Unheil und wer sich eben mit diesem Tanzvergnügen hingibt und wer an diese Orte geht, muss sich auch nicht wundern, wenn er eben dann, ja, auf schädlichen Einfluss trifft. Also nichts dran an der Geschichte. Wir haben tatsächlich in letzter Zeit wieder ein, zwei Mates bekommen. Es gibt tatsächlich noch so Blättchen ab und zu, wo eben mal so eine Meldung rausgegeben wird. Landeskriminalamt, hast du nicht gesehen, warnt vor Aids-Spritzen, aber das Ganze lässt sich dann doch eher ins Reich der modernen Sagen verweisen. Deswegen haben wir es aber nochmal angesprochen, weil wir darauf angemeldet worden sind. Das Thema Aids wird uns sicherlich in einer der kommenden Sendungen beschäftigen. Auch da sind wir mehrfach auch angesprochen worden. Aids-Leugner, die HIV-Lüge, all diese Begriffe, das werden wir sicherlich nochmal behandeln. Ist aber sicherlich eine eigene Sendung wert an der Stelle. Absolut, ja. Und eventuell auch Expertenverstärkung. Ja, also alle, die jetzt zucken und uns eine Mail schreiben wollen, es ist schon auf unserer Liste drauf, das Thema und wird auch wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern, bis wir uns diesem Thema widmen. Jetzt haben wir diverseste Gewinnspiele, glaube ich, auf die wir nochmal hinweisen müssen und auch gerne wollen. Fangen wir mal mit dem... Fangen wir mal mit der Auflösung unseres Aluhut-Gewinnspiels an. Da warten wir nämlich, glaube ich, noch auf ein paar Adressen, kann das sein? Ach ja, genau. Da haben wir vielleicht noch, glaube ich, ein, zwei Leute... Ja, ich glaube, zwei fehlen mir noch und dann kann ich nämlich die große Verschickungsaktion beginnen. Genau. All diejenigen, die uns was eingeschickt haben. Wir würden gerne die Bücher loswerden. Genau. Dann nehmen wir vorab vielleicht mal das Gewinnspiel zu unserer letzten Folge. Und zwar war das ja die Folge zum Thema die Himmelsscheibe von Nebra, wo ja der Archäologe Mirko Gutjahr gerne ein Buch verlosen möchte. Und zwar für all diejenigen, die uns eine schöne, verrückte Verschwörungstheorie über die eigentliche Herkunft der Himmelsscheibe schicken. Da haben auch schon ein paar Leute daran teilgenommen. Das läuft noch bis zum 21. April. Und an der Stelle vielleicht der Hinweis, dass Mirko am 18. April einen Vortrag halten wird, der kostenfrei ist, den man besuchen kann. Und wer da mal den Haus und Hof Archäologen von Huxilla mal live sehen will und ihm mal die Handschuhe will, der muss sich nach Osterwieg in Sachsen-Anhalt bewegen. Also im Osten unserer Republik. Und es beginnt um 19 Uhr. Termin, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, ist der 18. April 2013. Und das Thema seines Vortrags wird sein, ich banne euch all ihr Dämonen, die Archäologie, der Magie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Also sicherlich auch für... Wer aufmerksam die Folge gehört hat zur Himmelsscheibe von Nebra, weiß, dass wir auf dieses Thema auch schon hingewiesen haben. Genau. Also insofern kann man in jedem Fall sagen, wer Interesse an Huxilla und an Archäologie hatte und aus dem Osten der Republik stammt und mal nach Sachsen-Anhalt kommt, der sollte sich den Mirko vielleicht doch auch mal anschauen. Und wir werden dann nochmal die Leitseite verlinken, wo das alles stattfinden wird. Das ist der Hotel Brauner Hirsch. Das klingt ja auch schon sehr vielversprechend in der Stefanie-Kirchgasse 1 in Osterwijk. So, das ist also das erste Gewinnspiel. Da könnt ihr uns immer noch bis zum 21. April verrückte Theorien über die Herkunft der Himmelsscheibe von Nebra einschicken. Und werdet dann ein Buch gewinnen können, Der geschmiedete Himmel, wo es dann also auch nochmal um die Himmelsscheibe geht. Das zweite Gewinnspiel, über das wir jetzt nochmal gerade berichten werden, ist das Gewinnspiel zum Humanistentag 2013 in Hamburg. Auch da erreichen uns viele Ansendungen. Zu gewinnen gibt es da zweimal zwei volle Eintrittskarten für alle Tage der Veranstaltung und zweimal eine Tageskarte. Und da ist nochmal die Aufgabe, uns den Satz Humanismus heute bedeutet zu schicken. und dann bekommt ihr eben die Möglichkeit, so eine Eintrittskarte zu gewinnen. Bitte schreibt dabei, ob wir den Satz, den ihr uns schickt, veröffentlichen dürfen beziehungsweise ob wir ihn nicht veröffentlichen dürfen. Und dann würden wir im Zweifelsfall diese Sätze nochmal publizieren oder die Humanisten in Hamburg würden sie vielleicht nochmal benutzen für etwas. Und jetzt haben wir etwas ganz Neues. Wir haben nämlich noch ein Gewinnspiel und können noch eine Eintrittskarte verlosen. Und zwar gibt es jetzt eine Eintrittskarte zu verlosen zur Skeptiker-Konferenz in Köln. Die stattfinden wird vom 9. bis zum 11. Mai in Köln. Und auch da gibt es eine komplette Eintrittskarte zu gewinnen. Alex und ich werden ja im Rahmen der Konferenz auch einen Vortrag halten. Und zwar am 9. Mai direkt beim Publikumstag sozusagen den Eröffnungsvortrag. Also wir sind auf alle Fälle während der Konferenz vertreten und ihr habt jetzt die Gelegenheit, eine Konferenzkarte zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, uns eine Mail zu schreiben, in der uns ganz kurz erklärt, warum ihr das naturwissenschaftlich-kritische Denken für die geeignisste Form haltet, die Welt zu beschreiben. Und das muss jetzt nicht ja sagen wir wissenschaftsphilosophisch sein, sondern kann auch ganz persönlich sein. Also teilt uns da einfach mal mit, warum ihr im Prinzip Huxilla hört, warum ihr die Gedankengänge, die wir hier vor uns zertragen, die Gedankengänge, für die GWP steht, gut findet. Und dann losen wir unter allen Einsendungen dann auch am 21. April die Eintrittskarte aus. Das heißt also, die Sendung am 21. April wird viele, viele Gewinner beinhalten und alle Einsendungen bitte an info.huxilla.de und dann werden wir das nachhalten. Die GWP-Konferenz wird sowieso, glaube ich, ganz spannend sein, gerade auch was die heutige Sendung angeht. Es wird einen Vortrag von Holm Hümmler zum Beispiel geben zu Nazi-Flugscheiben, also da sicherlich auch nochmal direkt der Bezug zur heutigen Episode der relativ spannend ist. Und zum Zweiten, das große Thema der Konferenz als solches ist ja Paramedizin. Und wir werden gleich nochmal aus unserem Hörertreffen aus Leipzig einen kurzen Ausschnitt einspielen. Der zeigt, dass durchaus die Aufklärung über paramedizinische Methoden Sinn macht. Das ist so eine Sache, über die wir uns sehr freuen. Darf ich sagen, da hören wir jetzt erstmal in diesen Ausschnitt hinein. Ja, liebe Oaxilla-Hörer, wir sind hier beim Oaxilla-Hörer-Treffen in Leipzig und wir haben hier etwas ganz Spannendes erfahren. Neben mir sitzt der Hoaxmaster und mir schlägt gegenüber sitzt der... Matthias. Hallo Matthias. Matthias, du hast ja eine Geschichte zu Homöopathie. Ja, ich hatte da einen interessanten Beitrag gehört mit dem Komiker, jetzt hilft mir kurz auf die Sprünge. Denatoriker? Genau, und das hat mir die Augen geöffnet über Homöopathie und die Sendung danach habe ich sehr lange darüber nachgedacht und habe dann für mich beschlossen, bei der nächsten Erkältung oder Krankheit nehme ich das Zeug nicht mehr und vertraue einfach auf meine Selbstheilungskräfte und brauche so ein Zeug einfach nicht mehr. Das heißt, was hast du da vorgenommen? Was? Nein, weiß ich nicht mehr. Also, da gibt es so eine Menge Zeug echt in der Zehen. Ja. Oh, ist nicht sehr homöopathisch. Ja. Okay, weiß ich auch nicht. Also, alles wo hinten sowas mit D sonst wie draufsteht, daran erkennt man es ja immer relativ schnell, dass es homöopathisch ist, steht ja, oder wird dem vielleicht manchmal auch beim Arzt gar nicht gesagt, sondern da wird dann eher gesagt, wir haben da ein Mittel, das hilft ganz gut und hat keine Nebenwirkungen und jetzt geht es auch ohne, da geht auch mal ein Lutschbonbon, das hilft genauso gut. Weißt du denn noch, was sind dem Hohäcker-Interview die Show besonders berührt hat? Besonders berührt hat mich, dass Herr Hohäcker sozusagen das bei seiner Show gemacht hat und da sehr viele Leute eigentlich so vom Kopf gestoßen hat, sozusagen. Die Leute lachen gern viel, aber in dem Moment, wo man sie halt selber packt, dann tut das halt weh und dann verstummen sie. Und ich muss sagen, ich habe mich da eigentlich auch ertappt gefühlt, sozusagen. Ja, das ist was, wo ich einfach ganz naiv, wenn ich sagen, mal dran geglaubt habe, ich habe das einfach als Realität empfunden, wenn mein Hausarzt mir das als Wissenschaftler oder jemand mit wissenschaftlicher Ausbildung verschreibt, auch wenn es nur auf grünem Rezept ist, dann muss da ja was dran sein. Also ich habe den sozusagen als Instanz auch nicht in Frage gestellt. Und das ist so eine Sache, wo ich dann mich selber ertappt gefühlt habe und gesagt, nee, da muss man sich selber mit auseinandersetzen. Man muss das, Vertrauen allein hilft nicht, man muss auch Verantwortung für sich selber übernehmen. Sehr schöner Satz. Alexander, was löst das denn dir aus, wenn du wirklich jetzt mal mitbekommst, was für eine Wirkung deine Tätigkeit hat? Unsere Tätigkeit, ich mache das ja mal mit meiner... Unsere Tätigkeit, was löst das denn dir aus? Ich bin da immer wieder baff. Baff ist ja kein echtes Gefühl. Überraschung. Freudige Überraschung oder eher nochmal hauptsächlich Tätigkeit? Schon freudige Überraschung. Menschen erreichen zu können und Dinge zu verändern, das ist großartig. Vielen Dank. Ja, und dann kann man natürlich im Rahmen der GWOP-Konferenz noch auf den großen Event am Freitagabend hinweisen, nämlich neben der SCEP-Con, so ist ja der Hashtag auf Twitter für die Skeptiker-Konferenz. Mit K. Mit K gibt es auch ein PodCon, nämlich ein großes Zusammentreffen ganz vieler Podcasts, unter anderem auch von uns und Sebastian Baratschek ist dabei, Sven Rudolf ist dabei, die Heuersuppe wird dabei sein, also ganz viele kreative Leute auf einem Haufen, die man dort treffen kann. Es haben sich jetzt schon viele, viele Leute auch aus der GWOP angekündigt, die dann mit uns feiern wollen ab 21 Uhr und da sind auch ganz viele dabei, die in meinem anderen Projekt, nämlich dem Skeptoskop, schon mal zu Gast waren, also wer da nochmal das Bedürfnis hat, einem der Gäste aus dem Skeptoskop eine weiterführende Frage zu stellen und sagt, da hätte Alexander mal nachfragen können. Auch da wird es sicherlich die Gelegenheit geben. Und mal davon abgesehen, wird das einfach eine fette Party. Das wird eine ganz tolle Party. Wir planen da auch jetzt gerade eine Überraschung ganz konkret, die wir noch für alle diejenigen haben werden, die kommen werden. Genau, das Radio Nordwind wird auch noch dabei sein, der Podcast wird vertreten sein, also immens viele Publikationen und wer daran teilnehmen möchte, der möge bitte dann auf unserer Homepage nochmal kommentieren, mit plus eins, wenn er alleine kommt oder plus zwei, wenn man mit mehreren Leuten kommen möchte, sodass wir einen ungefähr einen Überblick über die Teilnehmerzahl dann haben. Das heißt also, die Skeptikerkonferenz in Köln wird glaube ich eine ganz runde und tolle Geschichte und da sollte man auf alle Fälle hinkommen, genauso wie man natürlich, wenn man im Norden ist, gerne zum Humanistentag mal kommen kann. Darüber haben wir in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen. Also viele Events im Moment. Der Mai wird echt abgefahren. Die man besuchen kann, genau. So, haben wir noch irgendwas vergessen an der Stelle? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche, eine gute Zeit und bis dahin immer schön skippt bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-oxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Recordtube-Production aus dem Jahre 2013. Behind the Untertitelung des ZDF für funk, 2017